Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WOMS Mit Ram Und Mapo-Champion Der ist aber nur ich, deswegen wäre er nicht Oh, kein Widerspruch, cool Er fängt... Ja Da sag ich jetzt mal nix zu, ne? Er ist im Triangle of Death Und er kommt dann noch hoch, das kann nicht wahr sein Hm Hahaha Oh shit Der Staat war kacke Was war das... Beste Staat Beste Staat Beste Staat Anbild Geduld Alles schon Alles klar Äh So Wenn Sie keinen Wie kann so scheiße ich wollte ja nicht zwischen planten 111 alter wieder auch geflogen ist ob sagt man es nicht dran weil dieses rad da hinten gerade das nicht rund war ich habe hunger krass um vier uhr nachts kann man auch machen haben mobiltelefon 3 uhr 53 der körper kumpel auf die kursche koffe überschreibt nur ein umgang kurschen kuppen keine kurschen unterhaltungen in unserer klaren das will ich mal behaupten ist meiner da drüben ich wollte schon mal claimen er steht edmunds opfern na das ist ja immerhin etwas na holy nate was macht schon wenig schaden das trifft niemals es trifft niemals es trifft niemals es kann nicht wahr sein alter die streifschlüsse abbekommen ja finde ich gut dass sie da spawnen die streifschlüsse abbekommen das ist frech das ist frech wie es noch runterrutscht lol scheiße nein ich habe 99 leben darauf hängt das ne das ergibt keinen sinn 99 leben darauf hängt das leben an ja beste position er war richtig macht das georgia tot erster gibt es ja noch nicht wollte ich auch schon machen und denkst lenker geht auch nicht aber wie der wind steht über das wird ein paar suche einschießen nee das klappt nicht der wind ist bei dem spiel voll wenig ich habe doppelklick gemacht hier ja 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 sehr gut das ist doch nicht nee insta aufgesammelt beim sammeln sie ja nicht mal auf wenn du nicht dran bist das ist das geile das ist nicht weit genug geflogen schade aber egal dass der menschen haben einfach ein bisschen zweite laufen kann ich empfehlen ja das ist böse du weißt du sie richtig krass fliegt ne fast aber das ding ist dass das die das heil ding wird auch hochgehen ne fällt genau ins feuer das kann nicht wahr sein ja pepper hat sich nicht so gelohnt ne aber das ging eigentlich auch nicht so viel schaden gemacht 53 mein gott der steht unter der so ne ja ich überleg gern was ich da hinwerf ich will dich ins feuer rein wirst du ich glaube nicht dass das reicht alter aber wenigstens von scharf gesehen hat auch ganz gut schaden gemacht das war so ne kurzstoffreaktion wahrscheinlich hätte ich nicht mit ner mit ner bazooka sogar runterschießen können aber war auch nice ja er kann sich erstmal helfen sagst du oh das ist nicht gut das ist nicht gut bleibt da NEVER drauf liegen niemals auf die da drauf liegen niemals oh ne wie sie dich verfolgt wie sie dich verfolgt hat aber wir gewonnen so zwei runden aber wir haben noch sieben leben plus wir haben noch sieben leben mehr als du hattest bevor du die Dinger aufgesammelt hast diesmal wenigstens so scheiße da ist ja schon drin da jetzt aber du hast du dankeschön verpiss dich von mir ja noch näher zu mir ran genau das ist die logische konsequenz ne egal kein damage gemacht ja jetzt in beiden runden zähle ich mal als unentschiedene aber vielleicht kriegen wir jetzt auch mal einen Sieger raus wobei ich ja theoretisch gemahe in die letzte runde aber hier was ich mal Oh, die sind frei. Das ist nicht... Oh Gott, in dem Kessel. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Was? Ich, weil... 1.400, 1.600. Oh nein, nicht ins Wasser fallen. Nein. Oh, scheiße. Ich wollte... Ich wäre da nicht ins Wasser gefallen, hätten wir gesehen, wie viel Schaden das gemacht hätte. Ja, in dir bestimmt 300. Mehr. Wie hoch du geflogen? Ja. Einfach nur 1.600 oder was verstanden. 1.600 oder so. Richtig krass, Alter. ETF. Wenn ich jetzt einsetze, dann komme ich da raus und dann... Nö, sehe ich nicht rein. Dann kommst du raus. Ja, dann komme ich raus und dann stehe ich da und kann ich es nur machen. Vorspringen jetzt, komm. Baseballschläger GZ. Fett. Wo ist denn los? Ich unterhöhe das System. Und das könnte jetzt richtig failen mit ein bisschen Pech. Gott. Ich dachte erst, er hört endlich wieder auf, wenn ich Space drücke. Die Holy Guard, ey, die war echt wunderschön. Gott, die Bananenbombe, die war echt wunderschön, Alter. Aber 1.500 Meter über dem Spiegel, Junge. Das musst du dir mal vorstellen. Gern, eben die Granate war 200 und die war schon viel zu weit über. Die haben wir gar nicht mehr gesehen, bis sie explodiert ist. Wir sehen uns in der Hölle, oder was? Da löst du mich totbohren, oder will ich? Ist doch frech. Nice. Eine Miene und eine alte Dame. Wow. Oh, shit. Kenn ich irgendwoher? Oh, shit. Ah. Oh, wo? Ah. Eigentlich sollte die in ein Loch einfallen, da oben. Aber gut. Ich war so weit in Führung. Ich bombete mich voll selber tot. Ah, der steht da auch richtig gut. Ah, toll, jetzt ist mein dreieusiger tot. Irgendwann hast du eine Bazooka von jemandem und der ist tot. Oder eine Shotgun, der wird schon da auch runter. Du bist die Mariner, töten! Ramm, denkt nach. LOL. Aber nicht tot. No. Fuckin. Korin. Nee. Nee. Passiert. Nee, nee, nee. Oh, das sind ja die Kiste, das war unter. Aber das sind die Scheißkisten. Ich will nicht die Scheißkisten. Oh, Ramm. Oh, das wird so böse. Ich meine, mein dreieusiger wird aber nicht auch sterben. Aber das wird einfach, also das, nee, das wird jetzt echt böse. Alter! Tja! Das Schöne... Hahahaha! 150... Achso, das zeigt mir, das zeig mir, das maximale Leben ein an Schadende. Oder war das einfach 150 Schadende? Egal, aber der hat einfach mal die ganze Bananenbomber gefressen. Das war's wert. Einfach, einfach, das ist voller Lolls. Das war's einfach wert. Meiner ist auch ganz gut geflogen. Komm, Ramm, jetzt hol den Beton... Hol den Betonesel da oben raus erstmal. Warte mal, hast du den Betonesel? Nee, scheinbar nicht. Wünscht nicht. Oh, das ist jetzt frech. Auf den unten geht, oder? Ach Gott, nein! Die Scheißkamera, das ist der Mitgangesel. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist voll scheiße. Seid, der jemanden nach unten fliegen wollte bei dem anderen Match. Oh, wer es auch nicht gesehen hat, sollte es sich angucken. Die ist bewusst, dass er jetzt stirbt, ne? Schau mal, da hast du. Ah, nee, die kommt da nicht rüber, ne? Nee, das ist nicht gut. Vielleicht doch, du weißt ja nicht, wie tief da das Wasser ist. Ja, ich will's aber auch nicht ausprobieren. Was mach ich denn jetzt mal? Ja, ja, ja. Das war das, was ich drücken wollte. Doch, doch, auf jeden Fall. Ja, ich bin voll überfragt, Alter. Oh, da wird's... Ja. Puh. Hat ja gut geklappt, ey. Ich muss auch die Shotgun nehmen sollen. Lol, die steht da echt immer so auf der Kante drauf, ey. Oh, ich glaube, es gibt Rache. Und das ist für eine Bunkerbombe, Alter. Und das ist für eine Bunkerbombe, Alter. Und das ist für eine Bunkerbombe. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Alter, diese Schieber war nicht fertig. Aber hammerwitzig, ne? Ich hoffe. Hashtag believe. Hashtag believe. Hashtag believe. Zu doll. Lol. Alter, dein Ernst. Dein Ernst? Ja. Ich hasse dich so sehr ran. Ich meine, Granatenwürfel sind ja eigentlich immer voll scheiße, Mama. Meistergegner, Meistergegnerschaden. 500. Jetzt wissen wir, auf wie viel Schaden deine Bunkerbombe kam, hat ran. Jo, 500, ey. Ne, 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 quatsch. Quatsch. Ne, warte. Also alle, wenn wir uns haben, sind mehr als 500, deswegen kann das nicht sein. Das muss einer sein. Guck mal bei dir bei PlayerStats. Ich bin schon weitergescheuert, leider. Ach, scheiße. Du kannst aber bei PlayerStats auswählen, ja. Wer, wer war denn? Abby? Ne, wer war denn das? Weiß ich nicht. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.